Wir werden hier eingangs Stand und ziehen, aber jetzt... ...so wie das recht ist... ...Stand und ziehen... ...hier ordentlich zu zitteln auf der Stand und ziehen... ...ja, hier kann ich nicht mehr... ...und hier nochmal rein an... ...also bei der Aufwand ist wieder nichts heim... ...jetzt geht's wieder auf die Stand und ziehen... ...und hier... ...Stand ist sofort zu drehen... ...das ist das zweite Richtung Start und ziehen... ...so wie jetzt ausgeschleunigungs-Däden hier am Start und ziehen... ...dann noch ein Wort... ...und hier... ...und hier... ...und hier... ...um so lange schon die Sattelleistung mitzulehnen... ...und hier... 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 Vielen Dank.